Die Geschichte der dunklen Zauberer erklärt. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit dunklen Zauberern vergangener Zeiten befassen. Wenn die meisten Leute den Begriff dunkler Zauberer hören, denken sie wahrscheinlich sofort an eine von zwei Gestalten. Entweder Gellert Grimnewald oder Lord Voldemort. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es im Laufe der Geschichte noch eine ganze Reihe anderer dunkler Zauberer gab, die für die Ausübung dunkler Magie und oder die Terrorisierung der Zaubererwelt verantwortlich waren. Heute werden wir einen Blick auf einige dieser weniger bekannten Zauberer werfen. Fangen wir also direkt an. Beginnen wir direkt mit Rescidian. Rescidian war ein dunkler Zauberer, der zu einem unbekannten Zeitpunkt existiert haben soll. Er wird nur als uralt bezeichnet. Er war ein äußerst talentierter dunkler Zauberer, der sich ausschließlich auf die dunklen Künste konzentrierte und in der Lage war, alle Arten von bösen Mixturen herzustellen und finstere Zaubersprüche anzuwenden. Eine Fähigkeit, die ihm jedoch stets Schwierigkeiten bereitete, war der Patronus-Zauber, wie wir ihn heute kennen. Den Harry Potter-Überlieferungen zufolge konnte Rescidian trotz seines enormen magischen Talents den Patronus-Zauber einfach nicht korrekt anwenden, da er nicht reines Herzens war. Während eine normale Hexe oder ein normaler Zauberer damit rechnen kann, dass sie ihr Geist hier kennenlernen, wenn sie mit dem Patronus-Zauber konfrontiert wird, sah sich Rescidian dem mit Maden konfrontiert. Doch es waren nicht nur einfach Maden, es waren Maden, die ihn und seinen gesamten Körper verschlangen. Dies ist ein Beweis dafür, wie böse Rescidian war. Er war nicht einfach nur nicht reinen Herzens. Rescidian war dunkel. Er verkörperte das pure Böse. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Barnabas Deverell. Barnabas Deverell, ein weiterer Vorbesitzer des Elderstabs, war ein Zauberer aus dem frühen 20. Jahrhundert, der sich einen Ruf als furchterregender Zauberer erworben hatte. Um es klar und deutlich zu sagen, Deverell benutzte den Zauberstab gewiss nicht für das Gute und viele Jahre lang nutzte er den mächtigen Zauberstab, um die Welt der Zauberer zu tyrannisieren. Doch schließlich endete seine Schreckensherrschaft, als er von einem rivalisierenden Zauberer besiegt und getötet wurde. Als nächstes haben wir Herpo der Üble. Herpo der Üble war ein alter, dunkler Zauberer aus Griechenland. Es ist völlig unbekannt, wann Herpo auf der Erde wandelte, aber wir wissen, dass es vor sehr langer Zeit war. Lange bevor bekannte dunkle Zauberer auftraten, wird Herpo gemeinhin als einer der frühsten bekannten Vertreter dunkler Magie betrachtet. Während seiner Existenz widmete Herpo sein Leben der Entwicklung und Schaffung einiger der schlimmsten Formen der Magie. Er erschuf sogar den ersten Basilisken. Einige spekulierten, dass Herpo der entfernte Vorfahre von Salazar Slytherin sein könnte, da er auch die Parselsprache sprechen konnte. Herpo wurde schließlich auf einer Schokoladenfroschkarte verewigt. Was für eine Ehre. Als nächstes in unserer Liste haben wir Salazar Slytherin. Salazar Slytherin, dessen Name dir wahrscheinlich bekannt vorkommt, war ein reinwürdiger Zauberer, der vor 976 nach Christus geboren wurde. Berühmt oder besser gesagt berüchtigt, ist er der Gründer des Hauses Slytherin in Hogwarts. Slytherin ist auch berüchtigt für seine Abneigung gegen mogelstämmige Schüler und er war ein entscheidender Verfechter dafür, nur reinwürdige Schüler in Hogwarts zuzulassen. Diese Philosophie wurde schließlich von anderen Slytherins übernommen. Als Reaktion auf die Mogelgeborenen, die die Schule besuchten, baute er die Kammer des Schreckens, in der ein Basilisk versteckt war, um die Schule von diesen Schülern zu säubern. Als nächstes haben wir Echristus. Echristus ist nicht besonders bekannt, aber er hat seinen Platz in der Geschichte der Zauberer als ein Praktiker der schlimmsten dunklen Künste, die man sich vorstellen kann. Die Art von Magie, die er praktizierte und mit der er experimentierte, lässt Voldemorts Horcrux-Erschaffung ziemlich normal aussehen. Echristus lebte im 15. Jahrhundert und er ist der ursprüngliche Bewohner der Inselfestung Asgaban. Als er eines Tages auf Reisen ging, stieß er Christus auf die Insel, die zu jener Zeit über keine nennenswerte Infrastruktur verfügte. Als er ankam, war es eine ganz normale Insel, aber er verwandelte sie bald in sein eigenes Experiment der dunklen Künste. Nachdem er die Insel mit Tarnzaubern versehen hatte, begann Echristus seine Experimente mit dunklen Künsten, indem er Muggelsegler auf die Insel lockte, sie folterte und schließlich ermordete. Bevor er die Insel betrat, war Echristus schon verrückt, aber nach einiger Zeit auf der Insel wurde er völlig wahnsinnig, da er den Bezug zur Realität komplett verlor. Er vertiefte sich so sehr in seine Experimente mit dunkler Magie, dass er den Verstand verlor und die armen Matrosen, die er auf die Insel brachte, erlebten dies aus erster Hand. Es wurde spekuliert, dass Echristus in seinem Wahnsinn entweder unwissentlich oder vielleicht absichtlich Kreaturen erschaffen hat, von denen wir heute wissen, dass es sich um die Dementoren handelt, die bösesten Kreaturen in der Zaubererwelt. Als nächstes haben wir Merwin den Bösartigen, ein böser, reinmütiger Zauberer, der im Mittelalter existierte, irgendwann zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert. Zu seinen Lebzeiten war Merwin ein hingebungsvoller Praktiker der dunklen Künste und führte mit seinem einzigartigen Hakenzauberstab alle möglichen verdrehten Experimente durch. Er hatte eine dunkelgraue, schorfige Haut, die an leblose, menschliche Haut erinnerte und trug oft einen langen, dunkelgrünen Umhang. Er war schon ein furchterregender Kerl und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Experimente, die er durchführte, seine körperliche Erscheinung nachhaltig beeinflusst haben, denn wie wir ja wissen, wirkt sich dunkle Magie auf den Körper und die Erscheinung aus. Merwin war im Alleingang für die Erschaffung vieler dunkler Zaubersprüche, Flüche und Verhexungen verantwortlich, die im Mittelalter aufkamen. Und zu der Ehre kam er auch auf eine Schokoladenfroschkarte. Als nächstes haben wir Loxias und hier haben wir einen weiteren früheren Besitzer des Elderstabs. Loxia ist der Mann, der dem Elderstab den Namen Todesstab gab und der rücksichtslos Unmengen von Menschen ermordete, während er ihn benutzte. Loxias war ein wahrhaft dunkler, böser Zauberer, den viele totsehen wollten und laut Dumbledore gab es viele, die behaupteten, dass sie diejenigen waren, die ihn getötet haben. Sogar seine eigene Mutter hat dies behauptet. Kommen wir zu Gormlaith Gaunt. Gormlaith Gaunt war eine reinrassige irische, dunkle Hexe und die Tante von Esholt Sayre, der Gründerin der Ilvermorny-Schulefexerei und Zauberei in Amerika. Gormlaith, die selbst Hogwarts besuchte und natürlich in Slytherin einsortiert wurde, glaubte fest an die Vorherrschaft des reinen Blutes und verabscheute jeden, der gegen diese extremen Ansichten verstieß. Ihr Hass ging so tief, dass sie ihre eigene Schwester und ihren Schwager ermordete. Sie hatte auch etwas mit Voldemort gemeinsam. Sie war unfähig, Liebe zu empfinden. Gormlaith hat vielleicht keinen großen Aufruhr in der Welt der Zauberer verursacht, aber sie hat sicherlich ihre Familie sehr doll terrorisiert. Als nächstes haben wir Emmerick der Böse. Der erste offiziell bekannte historische Besitzer des Elderstabs war ein Zauberer mit dem Namen Emmerick der Böse. Obwohl der Zauberstab vor Emmerick in den Händen anderer Zauberer gewesen sein mag und auch danach in den Besitz anderer gelangte, ist Emmerick der erste aufgezeichnete Zauberer, der ihn besaß. Emmerick wurde als kurzlebig, aber äußerst aggressiv beschrieben und terrorisierte den Süden Englands im frühen Mittelalter. Als nächstes haben wir Godelot. Godelot war einer der bekannten Besitzer des Elderstabs, bevor dieser in den Besitz von Grigorowitsch, Grindelwald, Dumbledore und anderen gelangte. Godelot benutzte den Elderstab, um die Grenzen der Magie zu erweitern und betrachtete ihn als seinen Lehrer, der ihm beim Schreiben des Bösen Buches half. Durch den Einsatz des mächtigen Zauberstabs entwickelte Godelot schließlich eine Vielzahl dunkler Zaubersprüche und Flüche. Sein eigener Sohn tötete Godelot schließlich, indem er ihn im Keller einsperrte, um in den Besitz des Elderstabs zu gelangen. Und als letztes haben wir Morgana Le Fay. Morgana Le Fay ist eigentlich eine pseudohistorische Figur, die in vielen Versionen der Folklore als Erzfeindin des mächtigen Zauberers Merlin gilt. Morgana ist auch in der Harry Potter Folklore präsent, wo sie als äußerst böse Hexe dargestellt wird und auch hier als Erzfeindin von Merlin, der nach Hogwarts ging, agiert. Viele betrachteten Morgana als die mächtigste Hexe aller Zeiten, die jeden Aspekt des Guten in der Welt wirklich verachtete und alles unternahm, um dagegen anzukämpfen. Und das war's mit diesem Video. Wenn ihr mehr über diese bösen dunklen Zauberer wissen wollt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Falls dir das Video gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und lass ein Abo da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.